Du warst jetzt ja auch zum ersten Mal bei diesem Projekt dabei. Das ist das erste Mal, dass auch mal Bilder zu einem Text gemacht wurden, dass dein Text so grafisch interpretiert wurde. Wie war das für dich? Es war auf jeden Fall interessant zu sehen, dass man sieht, wie eine andere Person quasi das auffasst, was man selbst in die Welt gesetzt hat, was so deren Interpretation eben von diesem Text quasi ist. Und ich finde, sie hat sehr gut verstanden, was genau ich eigentlich damit rüberbringen wollte und das genau auf den Punkt getroffen und das dann perfekt bildlich ausgedrückt. Ist doch wunderbar. Gibt es irgendein Bild, was es für dich am perfektesten oder am besten ausgerückt hat, was du meinen wolltest? Ja, auf jeden Fall. Das war das Bild, da war dieser Junge oder junger Mann, der quasi über das Wasser gebeugt war und sein eigenes Spiegelbild gesehen hat. Und das Spiegelbild, was sich halt eben gespiegelt hat, war er selbst mit einer Krone auf dem Kopf, was halt eben versinnbildlichen soll den Wert, den man hat oder diesen Wert, den man erkennen muss. Und der Wert, der dir nicht eben, sag ich mal, sofort offenbar wird in dieser Welt, sondern den du erstmal erkennen musst. Und das ist ein langer Prozess, das ist eine lange Findungsphase. Und ja, diese Person in diesem Bild hat es halt eben gefunden. Gibt es noch andere inhaltliche Punkte in deinem Text, wo du gerne möchtest? Leute, die nicht selber finden müssen, sondern die du denen mitgeben möchtest, nochmal jetzt hier in diesem Kontext? Es ist, im Grunde genommen geht es darum, dass man sich nicht, dass man keine Angst davor hat, diesen Weg zu gehen und dass man diesen Prozess halt eben durchmachen muss, dass man sich auf die Suche macht, wer bin ich eigentlich, was ist mein eigener Wert, auch wenn die Welt hier versucht, anderes mitzuteilen, dass man halt selbst eben von einer Position von Stärke kommt und nicht Schwäche. Und genau das sollte der Text halt eben ausdrücken, nicht von wegen, oh, wir sind so schwach und uns geht es so schlecht, sondern halt eben, egal was außerhalb ist, ich weiß, wer ich innerlich bin und das, was innerlich ist, ist viel stärker als alles, was von außen kommen könnte. Um nochmal was nach außen zu geben, hast du noch abschließende Worte für die da? Bitte in deine Kamera. Abschließende Worte, seid gute Menschen, versucht ein gutes Leben zu führen. Das sind meine abschließende Worte. Das ist es für mich.